Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und ich wage gerade etwas und ich mache dieses Video mit dem YouTube Video Hochlader, was ich glaube niemand auf dieser Welt jemals macht oder machen sollte, genauso wie die Instagram Kamera. Aber ich möchte kurz Infos geben, denn ich, boah ey, der Kanal ist so tot momentan, es tut mir leid, ich habe schon Videos aufgenommen, geschnitten, das habe ich leider noch nicht und ich kriege die Vlogs auch nicht zu Ende. Ich nehme immer welche auf, aber beende die dann nie, schneide die nie und deswegen lade ich die auch nie hoch. Ich bin eigentlich aktiv, aber ich kriege es nicht hin, die Dinger hochzuladen. Und deswegen habe ich mir jetzt vorgenommen, ich will spätestens Samstag 18 Uhr ein Video hochgeladen haben, wieder für euch oder mindestens 2, 3. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dass ich um 18 Uhr am Samstag, also übermorgen, ein Video online ist auf diesem Kanal, dann spand mich bitte in den Kommentaren voll als Bestrafung, weil nicht, dass ich das noch vergesse, mach das, spand mich in den Kommentaren unter diesem oder unter einem meiner letzten Videos. Bitte zu, ich habe gesehen, ich habe wieder viele Abonnenten bekommen und das Video 5 Uhr morgens aufstehen, Zeitung austragen, das von meinen Daily Vlogs geht gerade momentan richtig ab, das ist jetzt, also richtig abgehen, aber hat für diesen Kanal 800 Klicks, was ziemlich nice ist, deswegen, ich versuche aktiv zu sein, nehmt mir das nicht übel, aber spam mich bitte voll, wenn ich es vergesse, Samstag 18 Uhr.